Moin Moin Sag nochmal Ne so laut Moin Gut, alles klar Das kann ich nachher dann so So, willkommen zu uns blind gemalt Mit Ole Der wird mir heute wieder Oder wird mir jetzt gleich wieder Irgendwas ansagen, was ich wieder blind malen soll Ich guck grad sehr gelangweilt Und Ja, wollen wir anfangen? Ja? Ja, gut Trotz des aber bitte nicht wieder vorne Ich hoffte es nicht vorne Mein Maus denkst es hier, alles klar So, und? Versuchst du grad wieder Ne, ich wollte nur wissen So gut, komm, passt euch mal an Gut, als erstes mal dein Haus Ein Haus? Ein Haus Mit Dach oder das ist ein Blockhaus? Mit Dach Mit Tür und so? Mit Tür und Fenster Okay So, das ist ein Fenster, gut das reicht Zwei Fenster, einen noch So Als nächstes mal zu einem Baum Daneben Wo bin ich daneben? Du bist jetzt weiter unten Mal weiter links hoch Weiter Du bist fast ganz unten So, gut Wetten, ich bin grad voll im Haus drin Nein, wetten nicht Okay Du bist nicht im Haus drin Gut Jetzt meinst du noch dich, deine Frau und zwei Kinder oder ein Kind? Ich mein Strichmännchen Meine Frau Und zwei Kinder oder ein Kind? Ja Weißt du was du grad machst? Na? Du verschiebst das Bild So jetzt So jetzt So jetzt Jetzt kannst du noch ein Kind malen Du verschiebst schon wieder das Bild Will ich gucken? Ich guck nicht, welches Bild denn? Na du ziehst das Bild weiter nach unten Ja dann sag mir mal wo ich hin muss Wo freie Fläche ist Weißt du was? Das zählt jetzt nicht das Kind Mach hier jetzt ein Kind So? Ja Okay So jetzt ziehst du weiter noch eine Sonne oben hin Oben Ja wie weit Wo muss ich Ja du musst mir auch sagen wo oben ist Ja wie weit Jetzt meinst du noch drei Vögel hin Wo? Hier? Wo? Da Okay? Ja Gut und jetzt geh mal bitte auf dein leeres Blatt dass ich meins nicht sehe Bist du? Ja Alles klar meins ist weg Okay wir tauschen jetzt kurz die Plätze Ich will meins gar nicht sehen ey Ich will meins gar nicht sehen ey Tausch mal kurz Ja nicht aufs Kabel laufen am besten So Setz dich Setz dich Setz dich Setz dich Ich hab das Bild verschoben Warte ich mach das Bild noch gut Was hast du davon verschoben die ganze Zeit Alles klar Dein Dings ist hier So Hallo? Die Leute müssen mich ja jetzt hören nicht dich Die Leute müssen mich ja jetzt hören nicht dich So die mach aus Alles klar Warte So So du malst jetzt Unten links in der Ecke warte Ne Weiter So genau Da malst du jetzt Cookie German LP hin als Männchen So Ja machs Ihr mach jetzt Hä wie ein Männchen Na als Männchen Cookie German LP Als Strich Männchen Ja genau Wir sagen jetzt das ist Cookie German LP Du mach nicht nur Strich Männchen Sieht genauso aus So Schon vor der Gruppe gerade Und jetzt malst du Ein Zoo Eingangsschild Ein was? Ein Zoo Eingangsschild Aber es ist so ein großes Schild Wo halt ein Zoo drüber steht So pass auf und jetzt führe ich dich nochmal zu einer Lernstelle Und da Weißt du was du da jetzt hinmalst? Ne? Einen männlichen Löwen Mit großer Mähne Ach was Ist das die Mähne? Ne du hättest eigentlich nur den Kopf aber gut Ne Nein 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 Hör auf! Nein jetzt! Lass mich! Du warst eben gar nicht im Bild Du hast die Zwei restlichen Beine gar nicht gemacht Ist ja egal mach einfach Ist das kacke? Pass auf du bist gleich aus dem Bild raus Nicht da Nein! Höher links Jetzt bist du wieder Warte mal Ich fühl dich mal jetzt in die Mitte des Löwenkopfes Da Jetzt bist du im Kopf wieder drin Okay Ja? Ja Ist der Lever fertig? Ja Gut Alles klar dann haben wir es Willst du Deins als erstes sehen wieder? Gib mir mal das letzte Deins ist auf Also du könntest jetzt gucken Was ist das denn? Hier ist Cookie German IP Hier Hier ne? Dann sind hier die Zähne des Löwen Hier Dann ist das dein Zoo Schild Hier steht Zoo Und ich weiß nicht was du hier malen wolltest vom Löwen Die Eier oder Was sollte das? Achso Hier sind die Beine Das sollte der Schwanz sein Ja und das ist deine halbe Mähne Aber jetzt bin ich gespannt wie meins aussieht Wart? Das hier ist dein Haus Das sind deine Fenster und die Tür Das ist ein geiler Baum Ey komm der Baum Ja Dann hast du hier die ganze Zeit das Bier runter gezogen Ich weiß nicht was du hier mein Freund Das ist der Kreis der Sonne und das sind die Dinge Und was sind jetzt die Frauen und Kinder? Ja das 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 Und das Ja und das bin ich ne? Wo ist ich denn? Achso ok Haben wir gut Ja Gib mal ja Ist klar Dann Sind wir jetzt wieder Ja Bakugan Gib mir jetzt Wir sind jetzt hierbei Du Engenburger Ja Ähm Fertig mit blind gemalt Wie fandst du's? Ich fand's sehr toll Achso Du musst ja noch ne Zahl hinschreiben Gib mal her Gib mal her Lass mal los Lass mal los Warte Ja super Hast du toll gemacht Gib her Warte So ähm Pinsel So schreib die Zensur hin Was du mir dafür geben würdest Dafür? Ne 4 Willst mich verarschen? Guck dir das doch mal an Das Ja Du hast es ja jetzt verunstaltet Alles Das hast du ja jetzt voll verunstaltet Hättest du das richtig gesehen ne? Warte mal zurück Warte Warte Das war ein Haus Das war volles Krüppelhaus Voll die Krüppel Kinder Voll Dann hat er hier einen Kreis gemalt Das sollte ne Sonne sein Und hier außen rundrum Ähm Hier außen sind die Strichen Die Striche Nicht dass ihr euch wundert Ole redet grad mit meiner Mutter Und Ole Hat einen Hier unten ist Benjamin Ne? Das sind die Zähne des Löwen Das hier Ne? Das ist die Löwenmähne Das ist das Zoo Schild Und hier steht Zoo Und hier liegt Löwenkot Ja Gut und dafür Ne? Ja gut ich mein Ja Alles Äh Kuss mal wieder eine 3 Das war aber besser als Franks Das war Ja gut Okay Na denn Bis Irgendwann Das war Das war Das war Das war